HONOX wurde 2005 von Thilo Haas und Christian Lenz gegründet und ist heute einer der führenden Online-Shops für Wohndesign mit derzeit über 125 Mitarbeitern. Teilweise hier in unserer Zentrale in Hannover und teils in unserem eigenen Lager ein paar Kilometer außerhalb von hier. Und eben von dort verschicken wir unsere Möbel und Accessoires in die ganze Welt. Wir sind generell ein sehr dynamisches und motiviertes Team. Wir teilen die Leidenschaft für Interior Design und technologischen Fortschritt und versuchen einfach immer wieder den Kunden ein bestmögliches Shopping-Erlebnis zu bieten. Und überzeugen dabei vor allem mit schnellen Lieferzeiten, mit einem sehr guten Kundenservice und generell einer sehr starken Kundenzentriertheit.